Sanja Salanka Rochem, herzlich willkommen, da sind wir und unsere Runde wurde ein bisschen, ein kleines bisschen ausgedünnt. Der liebe Alex von Familie Nord ist heute leider nicht dabei. Die Grüße und gute Besserungswünsche gehen raus, aber ich habe zwei ganz tolle andere Menschen hier, nämlich einmal den Marco, auch der Operator. Hallihallo. Und die Friederike. Hallo. Und ihr seht schon dieses schöne Zeichen, sie ist nämlich Redakteurin bei System Matters für Monster Hearts. Wer hätte es geglaubt, ein PBTA-System. Denn um PBTA geht es heute. Ich sehe schon ganz viel im Chat. Alles Leute, die PBTA schon kennen. Kassandra ist da, Torben ist da, noch ein Torben ist da, Asriel ist da. Alles PBTA-Spieler. Aber vielleicht ganz kurz für die Menschen, die jetzt noch nicht da sind und es auch noch nicht kennen und nachschauen und so gar keine Ahnung haben, was eigentlich PBTA oder PBTA ist. Ich versuche das mal einmal kurz anzureißen. Wir werden da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Immerhin geht es darum heute. PBTA ist die Abkürzung für Powered by the Apocalypse und ist, wie nennt man das? Bei Regelsystemen habe ich immer, stelle ich mir immer die so einzelnen Systeme. War ja ein Grundgerüst, eine Art zu spielen. Schon ein Regelsystem, das ursprünglich von dem Spiel Apocalypse World kommt. So, und ich habe den Namen gerade versucht auszusprechen. Er wurde von zwei Bakers. Das Rollenspiel Apocalypse World kommt von Magui, glauben wir spricht man sie aus, und Vincent Baker. 2010. Und dieses System oder diese Art zu spielen, dieser Spielmechanismus hat wohl so viel Anklang gefunden, dass es inzwischen einfach ganz viele Settings gibt und Spiele gibt, die mit diesen Regeln oder mit diesem Grundgerüst bespielt werden. Das heißt, die Spielzüge sind schon immer ein bisschen unterschiedlich angelegt an das System, das man spielt, aber es gibt so ein paar Grundmechanismen, die eben gleich bleiben. Und ich glaube, das Schöne an PBTA ist, wenn man das einmal so ein bisschen verstanden hat, dann kommt man da bei den anderen Systemen auch relativ schnell rein. Schwierig ist es dann, wenn man es nicht verstanden hat. Und das ist so ein bisschen der Grund, weshalb ich den Talk heute hier habe. Ich habe nämlich versucht, Monster Hearts zu leiten. Ich durfte es beim Alex, oder wir spielen beim Alex, also Familiennerd, Monster Hearts, was mir wahnsinnig Spaß macht. Und das Spielen fällt mir so gar nicht schwer. Also da komme ich, ich liebe dieses System. Und als ich versucht habe, es zu leiten, hatte ich danach echt das Gefühl, ich bin fulminant gescheitert. Ich fand es so schwierig, lag vielleicht auch dran, dass meine komplette Spielrunde aus meiner DSA-Spielrunde bestand und auch noch gar keine Berührungspunkte mit PBTA hatten und ich es noch nie geleitet habe. Und deswegen dachte ich mir, hole ich mir vielleicht ganz schlaue Tipps und Tricks von Profis und habe da den Marco angeschrieben, der mir auch so ein paar Links geschrieben hat. Darf ich dir eigentlich weiter teilen, Marco, deine Links dann später? Selbstverständlich, ja, ja. Das sind ja auch nicht meine Links, aber ja, kannst du gerne machen, ja. Und genau, ich hatte drei P noch angeschrieben, Sandra ist auch gerade da. Die haben ja auch ganz viel, also und Alex, alles mögliche habe ich zusammengetragen und dachte ich mir, vielleicht geht es ja gar nicht nur mir so, sondern vielleicht geht es ja irgendwie auch anderen so und dachte mir, gut, dann machen wir das doch zu einem Talk heute. Und deswegen habe ich hier diese beiden, wie macht man das so, ja, wunderbaren Menschen hier. Und ihr dürft euch gerne nochmal einfach vorstellen und sagen, was ihr so, ja, was ist so euer Bezug zu PBTA? Oder? Soll ich mal gerade anfangen? Fangen wir mal an. Gut, also, du hast ja schon gesagt, ich bin bei System Matters die Redakteurin für Monster Hugs, für die deutsche Ausgabe. Und ich muss jetzt aber mal überlegen, ich glaube, mein erstes PBTA-Spiel war tatsächlich Monster of the Week. Das ist, also, wer sich da nichts darunter vorstellen kann, das ist so ein bisschen, ja, Buffy, Supernatural, Fringe, in die Richtung geht das halt, dass man das da nachspielen kann. Und ich habe auch schon eine ganze Menge anderer PBTA ausprobiert, zum Beispiel Masks, Comrades, das muss ich überlegen. Die fahren ja bestimmt alle gleich ein, also tief die schwere See zum Beispiel. Ja, und ich habe mir auch irgendwann mal zum Ziel gesetzt, ich sammle die so ein bisschen, die Systeme. Ja, ich glaube, wenn ich alle PBTA-Spiele haben wollte, dann könnte ich gleich wieder umziehen. Weil ich wahrscheinlich ein eigenes Zimmer dafür brauche, weil es halt inzwischen so viele, ja, aber es ist halt eine Art zu spielen, die mir sehr entgegenkommt, die ich sehr spannend finde, weil es halt auch, es ist eher regelleicht, also klar, es gibt ein paar Regelsets, aber es ist halt nicht so, man braucht jetzt nicht irgendwie noch neben dem Grundbuch noch drei oder vier Zusatzbücher, um halt alles abdecken zu können. Und ja, wie gesagt, ich finde, es ist eine schöne Art zu spielen, die ich halt auch gerne versuche, anderen SpielerInnen nahe zu bringen. Ja, bei mir ist es so, ich habe keinerlei offizielle Funktion für irgendwas. Also ich habe weder irgendwann mal ein Spiel übersetzt, noch irgendwie Redaktion für irgendwas gemacht. Ich spiele es einfach nur gerne. Das ist schon lange so gewesen. Das hat bei mir 2018, 2019 angefangen. Auch ich habe mit Monster Hats und Monster of the Week angefangen. Habe dann auch Dungeon World ein bisschen gespielt. Das ist so die D&D Variante von PBTA oder umgekehrt. Dungeon World ist die PBTA Variante von D&D. Und mir kam das irgendwie entgegen. Ich bin meistens Spielleiter und war unglaublich schlecht darin, bis in die Tiefe durchdachte Plots zu bauen, die dann irgendwie besonders gut aufgehen. Und wo ich am Anfang schon wusste, wie die letzte Szene sein wird oder sowas, da war ich einfach furchtbar schlecht dran. Und dieses Thema, was PBTA so ein bisschen ausmacht, nämlich Play to find out what happened, also dass man mit einer unfertigen Geschichte oder unfertigen Setting reingeht in das Spiel und sich einfach entwickeln lässt und auch schaut, wo es einen hinführt von der Geschichte her. Das ist das, was mir total entgegenkam. Und gerade bei Monster Hearts hatte ich am Anfang sehr oft das Erlebnis, dass ich selber von der Runde überrascht war und ich im Nachhinein gedacht habe, das hättest du dir so nie ausdenken können, was da rausgekommen ist bei dieser Spielrunde. Und deswegen war ich dann angefixt und habe seit 2018, 2019 ganz viel in dem Bereich, auch was gerade genannt wurde, die ganzen Spiele genannt. Im Moment spiele ich sehr viel City of Mist, was ja auch noch so ein bisschen in die Richtung geht. Habe letzte Woche erst Dungeon World gespielt und werde ja dann bald auch wieder Monster Hearts spielen. Insofern, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie hängen geblieben bei dem Thema. Und es liegt auch daran, was eben genannt wurde, ich lese zwar unglaublich gerne Rollenspielregeln und auch sehr viel und kenne auch sehr, sehr viele Systeme, aber eine Würfelprobe oder vor allen Dingen dieses Thema Kämpfe, wenn ganz viel gewürfelt wird hin und her, ist das für mich immer eine Unterbrechung im Rollenspiel. Also es fühlt sich für mich so an, als wäre gerade Pausenmodus im Rollenspiel und jetzt wäre Brettspielmodus. Ich weiß, da empfinden viele Menschen ganz anders und das ist auch völlig okay so, aber für mich ist es, das macht mich wahnsinnig und ich habe tatsächlich, wo du gerade DSA-Gruppe sagtest, dass du mit der DSA-Gruppe gespielt hast, ich habe letztes Jahr nochmal ein halbes Jahr versucht, DSA 5 wieder mal zu spielen. Das hat mich schlichtweg wahnsinnig gemacht. Also da einen Kampf durchzuspielen, das hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Und da ist einfach der Ansatz von dem Framework, von dem Regelsystem PBT ein ganz anderer und da fühle ich mich einfach wohler mit der Abwandlung, wie da Konflikte, wie da Geschichten, wie da dieses Zufallselement genutzt wird, um eine Geschichte zu erzählen. Das ist einfach eine ganz andere Baustelle als bei klassischen Systemen wie DSA. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du meintest, was so den Umstieg so schwierig macht oder das Leiten einfach anders macht. Ja, ich glaube, es waren zwei Sachen. Also ich meine, ich habe es ja glücklicherweise schon gespielt, ansonsten hätte es, glaube ich, so gar nicht funktioniert. Deswegen so die Grundmechanismen und sowas kannte ich und das ging auch, aber ich habe einfach gemerkt, dass es meiner Gruppe wahnsinnig schwer gefallen ist, aus diesem Modus rauszukommen, ich sage ihnen, was sie machen sollen. Also es gab keine klare Linie, die sie irgendwie verfolgt haben, so kooperativ zusammen, sondern ja, dass diese diese Übertragung hat quasi nicht, konnte ich nicht gut rüberbringen. Dementsprechend waren wir alle ein bisschen lost in space. Von dieser Gruppe, waren die anderen da schon mal Spielleitung zu irgendeinem Zeitpunkt? Also oder haben die vorher noch gar nicht Spielleitung gemacht? Zwei haben schon gespielleitet, aber auch eher regelbasierte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Friederike, ich habe die Erfahrung gemacht, in den Gruppen, mit denen ich PBTA gespielt habe, wenn da Menschen dabei waren, die schon mal Spielleitung gemacht haben, ging es irgendwie einfacher mit PBTA. Vielleicht, weil man mehr improvisieren muss. Ja, ja, genau das. Genau das, ja. Jetzt müsste ich echt überlegen, also da ich jetzt nicht drauf geachtet habe, ist mir das jetzt nicht besonders aufgefallen. Also ich hatte halt sehr häufig, also auch SpielerInnen, die man gesagt hat, ihr könnt das jetzt so machen und wenn ihr das, also ihr habt mit die Möglichkeit, die Welt zu gestalten. Ich habe das aber tatsächlich mal bei Fade erlebt, das war ja auch so ein System ist, wo man halt als SpielerInnen sagen kann, okay, ich gebe einen Fade-Punkt aus, ich gestalte die Welt oder wir bauen die zusammen am Anfang und dass da Leute dabei waren, die das halt eher vom klassischen System kamen, die dann gesagt haben, so, oh, ich kriege jetzt nicht gesagt von der Spielleitung, was ich machen muss, sondern ich kann das quasi selber entscheiden und selber mir ausdenken, was ich oder was meine Spielfigur jetzt machen. Wobei ich meine, vom Regelansatz her ist PBTA ja eigentlich sehr klar. Es sagt ganz klar, wenn das und das passiert, dann nimm den und den Spielzug und dann würfelst du und dann sagt dir der Spielzug, was passiert, zumindest bei klar formulierten und guten PBTAs. Du hast eben gesagt, Frederike, dass du mittlerweile nicht mehr in der Lage bist, PBTA-Systeme zu sammeln, weil es so viele gibt. Ich habe mal gelesen, Vincent Baker hat es auch mittlerweile aufgegeben, den Überblick zu zu behalten, wie viele PBTA-Games es mittlerweile gibt. Er verlinkt mittlerweile auf seiner Homepage nur noch auf die Drive-Thru-Seite. Es gibt eine Excel-Liste, habe ich festgestellt. Ja. Die ist extrem lang, aber es sind englischsprachige. Ich habe jetzt noch keine für deutschsprachige gefunden. Ja, deutsch gibt es gar nicht so viele, ja. Es gibt auch eine Seite, ich weiß nicht, ich kann vielleicht später den Linken mal raussuchen, also wenn es die noch gibt und die hatten sich die Mühe gemacht, auch französische Sprachen, die gibt spanische Sprachen zusammen. Ich weiß gar nicht, ob die Deutschen auch dabei waren, aber französische gibt es ja auch so. Also da, als ich die Seite gefunden habe, waren es glaube ich auch so fünf oder sechs Stück, sind wahrscheinlich inzwischen auch mehr. Also das war schon ganz spannend. Und was man schon auch sagen muss, auch da gibt es natürlich Schrott, ähnlich wie bei, also empfinde ich zumindest so, sagen wir, es gibt Qualitätsunterschiede in der Ausgereiftheit der Systeme. Und wenn man dann natürlich irgendwie Pech hat und gerade ein System erwischt, wo die Regeln entweder nicht klar formuliert sind oder wo die Spielzüge nicht genug getestet wurden oder gespieltestet wurden und und und, dann steht man manchmal auch davor und denkt so, was will mir dieses Spiel jetzt sagen, ja. Oder es gibt auch einfach Systeme, zu denen bekommt man auch keinen Bezug, also ich zumindest nicht, selbst wenn man viel PBTA gespielt hat. Also ich habe zum Beispiel letztens mal von Jason Cordova versucht, The Between zu spielen. Das ist so krass, Meta, wo ich davor saß und sagte, wie sollst du das jemals flüssig spielen können? Da muss ich einfach sagen, ich sehe, was er da tut. Ich habe auch, glaube ich, verstanden, was er irgendwie da erreichen will und das ist auch mega clever, aber im aktuellen, im praktischen Spiel habe ich die Runde abgebrochen. Ich habe es abgebrochen, weil ich gesagt habe, Leute, ich packe es nicht, ich kriege es nicht in meinen Schädel. Also von daher, Schäf, brauchst du, also ich spiele seit Jahren PBTA und habe sowas. Also das passiert einfach. Kann man nicht anders sagen. Andere Spiele, andere Spiele wie Monster Hearts zum Beispiel, da habe ich wirklich jedes Mal das Gefühl, vertraut im System, mach einfach genau das, was im Buch steht, es funktioniert irgendwie immer. Außer wenn du mit Deppen spielst, aber das ist ja bei jedem Spiel so. Das ist bei jedem Spiel so. Dann kommt die Regeln durch. Genau. Okay. Ja, ich bin gespannt. Wir spielen nämlich diesen Sonntag fertig. Mal gucken, wie gut es dann läuft hier. Aber du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen. Unter anderem die Spielzüge zum Beispiel. Ich würde sagen, wir gucken einmal kurz, was so dieses Grundgerüst von PBTA ist. Also was gibt es in, ja, so ziemlich fast jedem Spiel. Was muss drin sein, um zu sagen, das ist PBTA. Da können ja zum einen die Spielzüge dazu. Es fängt aber schon früher an und zwar gibt es ja die Playbooks. Das ist glaube ich jetzt so, oder wie heißt das? Also bei Monster Hearts zum Beispiel sind es die Masken. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Spielen, aber es gibt quasi so vorgefertigte Charakterzüge, von denen glaube ich auch immer nur einer im Spiel sein darf. Und ich finde, die sind schon immer sehr, die bedienen sehr so Stereotype, aber durch die Session Zero, wo man die dann ausbaut, nach dem, wie es einfach drinsteht, was man machen soll, werden die dann eben definierte Charaktere. Also bekommen tiefer bekommen einen Hintergrund, einen Namen und irgendwie eine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war. Also ich finde, diese Playbooks oder diese Archetypen, würde ich das mal nennen, also diese genre-spezifischen Archetypen, die sind eigentlich dazu da, dass du, wenn du jetzt Spieler bist zumindest, oder Spielerin, dass du dir ein Regelbuch schnappen kannst oder diese Playbooks, diese Archetypen schnappen kannst und einfach loslegen kannst. Weil da steht alles drauf, was du für die Charakterschaffung brauchst, da steht alles drauf, was du zum Spielen brauchst. Meistens gibt es noch so ein Handout für die Grundspielzüge, wo so die wichtigsten Spielzüge drauf sind und mit den beiden Sachen kannst du dann einfach loslegen und es ist so ein bisschen geleitete Kreativität, weil da stehen dann Vorschläge für Namen drauf oder fürs Aussehen der Charaktere oder sowas. Das ist eigentlich nur eine Schablone, dass du möglichst schnell loslegen kannst und in den allermeisten Spielen, die ich bis jetzt gelesen habe, steht aber explizit drin, hey, wenn du eine bessere Idee hast, wie dein Charakter aussieht, dann nimmst halt das. Also das ist eigentlich nur eine Brücke oder eine Hilfe, um schnell loslegen zu können und das ersetzt so ein bisschen das, was bei klassischen Spielen die Klassen sind jetzt, würde ich sagen. Oder die Profession. Oder die Profession oder wie immer, genau. Es ist halt tatsächlich, es verlagert sehr viel, was klassische Spiele über Werte auf dem Charakterzettel machen, in die Erzählung, weil du hast meistens vier, fünf Werte und diese Spielzüge und that's it, mehr ist es nicht. Und alles, was deinen Charakter wirklich ausmacht, wie du ihn dir vorstellst, was er wie in deinem Kopf ist, wird halt komplett abstrakt in die Erzählung verlagert. Ich gucke gerade, ob's, ähm, die Spielzüge habe ich, aber die Maske habe ich nicht. Sonst hätte ich das mal zeigen können. Was suchst du denn gerade? Einfach mal, wie das ausschaut, so eine Maske zum Beispiel. Ähm, dass man's mal sieht. Ja, und die, die, die sind ja auch meistens so gestaltet, dass man sich das quasi ausdrucken kann und dann wirklich, also, das fand ich auch immer so witzig, dass man wirklich dann so ein Heftchen oder Büchlein hat, ne, also Spielbuch dann, und, ähm, dass man, äh, da also quasi so eine Art, äh, ja, Zusammenfassung und Charakterbuch in einem hat, das, äh. Genau, das wäre jetzt hier so ein Beispiel, ähm, das ist jetzt aus Monsterharz, der Verdammte oder die Verdammte, das Lila, der ist von mir reingekritzelt, das war mal so eine Erklärung, ähm, genau, aber da sieht man, dass das, ne, auch so auf, ich glaube, eine Seite, zwei Seiten und dann ist das auch schon fertig. Das sind, ähm, bei so tief die schwere Sees, das ist dann, gibt's dann zum Beispiel den Schiffsarzt oder den Kapitän oder eben so klassische Genau, ja. Und das ist auch so ein bisschen das, was, was für mich zumindest PVTR ausmacht, das sind ja meistens Spiele, die versuchen, eine bestimmte Genre oder bestimmte, ähm, ja, doch eigentlich eine bestimmte Genre abzubilden, ne, oder ein bestimmtes Thema, ähm, abzubilden und das dann sehr speziell zu machen, dass man wirklich, ähm, Monster of the Week, was, was Frederik eben sagte, ist halt wirklich dieses, jede Woche ein Monster, episodisch, ähm, natürlich gibt's eine Metastory über mehrere Sessions, aber eigentlich ist einem, ist jedem am Tisch klar, diese Woche gibt's wieder ein Monster, wir müssen rausfinden, was ist die Schwäche, wir jagen das Monster, wir erlegen das Monster, ne, also, da ist relativ klar, was passieren wird, ähm, und das macht das Spiel wirklich, wirklich gut, gut, aber wirst damit sehr schwer, zumindest nicht von den Regeln her, Drama, Liebesgeschichte spielen, also das ist eher unwahrscheinlich, das passiert trotzdem am Tisch, aber es hat halt nichts mit den Regeln zu tun, ne, also, ja. Ja, also, es ist natürlich nicht von den Regeln, also, es gibt keine Regeln, das unterstützt mich zum Beispiel, weil bei Monster Harz dieses, dieses, äh, den, äh, dieses Spiel, äh, fällt jetzt der deutsche Name nicht ein, bitte entschuldigen, weil... Die Fäden, meinst du, oder was? Ne, dieses, der, 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 um jemanden anzumachen, das heiß machen. Jemanden heiß machen, ja. Genau, danke. Genau. Ich wollte nur mal gucken, ob das Büro gelegt ist. Ja, 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 guter Test, ja, danke. Ne, aber ich meine, so was, das fehlt halt, ähm, und, äh, ich meine, also, bei Monster Harz ist es ganz monumentär, das ist, das ist aber tatsächlich etwas, was man in, soweit ich weiß, in allen PBTAs hat, eben diese Fragen am Tisch, bei, umso von wegen, ähm, zum Beispiel, wer hat dir in einer bestimmten Situation geholfen, oder ähm, wen möchtest du beschützen? Und das finde ich halt auch schon zum Beispiel ganz großartig gelöst, dass das halt eben so zur Charaktererschaffung, zur Spielerschaffung dazugehört, muss man sich nicht eben diese, äh, klassische Geschichte mit von wegen, ihr trefft euch alle in irgendeiner Taverne, um zufällig so noch ein einziger Tisch frei, und, äh, ja. I notice your group has no wizard. Ich finde, bei einigen ist es ja sogar so, dass der Setting gleich mit steht, ne, also, dass das aus den, dass durch die, durch die Fragen in der Charaktererschaffung, ähm, und die Antworten der Spielenden gleich auch die Spielwelt mit entsteht, ein Stück weit, ne? Wo spielen wir, was spielen wir, warum, was ist da gerade, und so weiter und so fort. Ich hatte heute noch die Diskussion in einem, in einem, auf einem Discord-Server. Ich finde, PBTA-Spiele machen ganz oft im Spielleiter-Teil des Spiels das, was erfahrene Spielleitungen sowieso am Tisch machen, also auch bei klassischen, ähm, Spielen, da aber meist durch Erfahrung oder durch Try and Error irgendwie durch Ausprobieren entsteht, und in vielen Regelwerken war, habe ich zumindest als erst, das erste Mal gesehen bei PBTA-Spielen, steht halt ganz klar drin, pass auf, das sind die Spielzüge, die du als Spielleitung hast, und wenn dich alle angucken und wissen wollen, was als nächstes passiert, dann machst du das und das, oder, ähm, wenn sie dir nun mal eine goldene Gelegenheit bieten, weil sie sich dumm anstellen, dann verteile Schaden, oder mache, also Dinge, die, die eine Spielleitung in anderen Spielen sowieso, sowieso tut, ist da einfach ein bisschen verregelt, und, ähm, es wird genau erklärt, wenn, dann, mache das, ähm, wo du bei PBTA-Spielen einfach viel mehr Gelegenheit zu hast, weil es, weil der Blickwinkel auf ein Thema eingeengt ist, bei, bei, ich sag jetzt mal 5e oder so, ne, also bei, bei einem 5e-Regelwerk, das ist ja so offen, dass du alles damit spielen kannst, und dementsprechend ist es schwer, da zu sagen, wenn, dann, passiert das, und so, bei, bei so einem Genre-Simulation, oder bei, bei so einem Genre-Thema, kannst du viel eher, also, ich sag jetzt mal, Brindlewood Bay, ja, da weißt du ziemlich genau, was, was, wie, wie so ein Abend abläuft, weil das Thema halt klar ist, ne, ältere Damen werden einen, äh, Mordfall ausklären, ja, da kannst du halt sehr viel spezifischer der Spielleitung sagen, pass auf, das wird passieren, also, wenn das, dann das, das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, wo du sagst, diese, diese, äh, es ist verregelt, im Grunde genommen, was, was Spielleitungen sowieso tun, das, das, das fand ich ganz interessant, das ist das erste Mal Monster of the Week geleitet hab, ich hab mir das Regelwerk gekauft und durchgelesen, und dann kommt halt dieser, dieser, Regelteil für die Spielleitung, ich hatte so, hm, das ist aber schwierig, und, oh, da muss ich mir ganz viel merken, und dann hatte ich in der Gruppe jemanden, der schon ganz oft Monster of the Week geleitet hat, ne, also, hast Fragen, ich so, ja, ich find das voll schwierig da mit der Spielleitung, da muss man sich ja so viel merken, und dann sagt er genau das, ne, von wegen, das ist im Grunde genommen das, was du immer schon gemacht hast, nur hier ist es jetzt einmal formalisiert und aufgeschrieben, und das hat mir dann also auch sehr viel Druck genommen, weil, ja, es ist genau das, was ich sowieso schon immer tue, und da ich halt, also, ich persönlich jetzt als Spielleitung auch immer extrem improvisiere, oder dann auch die Spielerinnen dann gerne fragen, was macht ihr denn, und, äh, was macht ihr, was tut ihr, was wollt ihr euch angucken von den Möglichkeiten, die ich euch gebe, ähm, ja, kam mir das dann halt auch sehr entgegen, aber das erst mal so zu verstehen, das war tatsächlich, äh, ja, also, das, das, die Transferleistung hat es erst mal gebraucht. Ja, wo du das sagst mit, mit, äh, Monster of the Weeks, da gibt's auch diesen, äh, Tom of Mysteries, dieses Zusatzbuch für, ähm, Monster of the Weeks, ähm, da gibt es ein ganzes Kapitel zum Thema, wie leite ich One-Shots, ne, also, wie, wie mache ich, ähm, wie bereite ich eine, eine Runde so vor, dass sie entweder für ein Con oder für ein, äh, ein einmal Abenteuer an einem Abenteuer passt, wie mache ich das Timing, wie baue ich das Timing auf und so, ja, das, auch da hast du als Spielleitung irgendwann nach ein paar Jahren ein Gefühl für, oder, aber das mal formuliert niedergeschrieben zu lesen und einfach, das hat mir auch so viel gebracht für andere Spiele, dass ich einfach sagen muss, ja, ey, clever, also, total, total gut. Also, es sind sehr viele in Regel gegossene, wie ich finde, ähm, Spielleitertipps, die da in diesen, in diesen Spielen, ähm, drin sind. Das, das finde ich schon sehr, sehr gut. Gerade wenn man jetzt Monster Heart sich auch anschaut, dieses Thema Beziehungen unter Charakteren, ist ja da ein Riesenthema, ist ja eigentlich das zentrale Thema von Monster Hearts und, ähm, da kann man sich so viel rausziehen, auch für andere Spiele, finde ich, dass es sich einfach immer lohnt, sich mit sowas mal zu beschäftigen. Man muss nur tatsächlich einen Schritt zurückgehen, weil, was sich bei mir total geändert hat, ist, wie bereite ich eine Runde vor? Also, das hat sich total geändert und da passt auch, finde ich, jetzt, also, ich habe ja auch lange DSA gespielt, ähm, der Ansatz, wie ein DSA-Abenteurer aufgeschrieben ist, ne, wenn man so ein Kaufabenteuer sich anschaut und wie ist ein Monster of the Week Szenario aufgebaut, das sind halt völlig unterschiedliche Dinge und, ähm, ich glaube, da liegt für die Spielleitung so der größte, so dieses Umdenken im Kopf, wie, wie baue ich so einen, so einen, so einen Abend auf, wie plane ich so eine, so eine Runde, ist halt eine ganz andere. Ja, und genau das wäre tatsächlich eine Frage von mir heute an euch. Ich würde aber, weil du gerade gesagt hast, noch mal einen Schritt zurück, ich würde noch mal den Schritt zurück machen. Gerne, ja. Und noch mal auf dieses Grundsystem zu sprechen kommen, weil ihr seid schon in dieser Spielleitungsperspektive, die super spannend ist und auf die ich auch hinaus will, aber wir haben noch gar nicht so dieses ganze Gerüst, wir haben die Playbooks angesprochen, ihr habt die Spielzüge angesprochen. Ich glaube, es ist relativ, es ist gar nicht mehr so viel, was noch fehlt. Im Endeffekt sieht man, ich habe es jetzt nur Beispiele eingeblendet, ne, von jetzt einmal so tief die schwere See und einmal Monster Harz, ähm, weil vielleicht manche auch interessiert, wie funktioniert das denn mit Würfeln, ne? Es ist ja immer noch trotzdem Rollenspiel, es wird auch gewürfelt, man sieht, ähm, die Attribute und bei PBTA ist es ja tatsächlich so, dass du nur, nur ganz wenig, also ich glaube immer 1, 2, 3, 4, 5, immer um die 5 Attribute heißt, die heißen ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was für ein Setting das ist, aber wichtig ist, man hat immer nur zwischen Minus 1 und Plus 1, ne, wenn man jetzt noch gar nicht gesteigert hat am Anfang. Man hat Minus 1, man hat 0, 1, 1, ah ja, und 2, genau. Das sind so aber schon die, die, das ist die, der Spielraum, sag ich mal. Und Würfeln tut man ja immer mit 2W6, richtig? Genau. Und dann addiert man, beziehungsweise subtrahiert man eben dieses, ähm, diesen Wert, den man da hat. Und es steht ganz klar bei den Spielzügen immer, welchen man dazu benutzt. Das heißt, man hat immer eine, eine Möglichkeit zwischen 2, ne, also wenn ich 2 1er würfel und, ne, 1 sogar, wenn ich 2, wenn ich einen Pasch, 1er Pasch hab und Minus 1, dann bin ich sogar auf eine 1. Das heißt, eine 1 ist sogar möglich, genau. Es gibt bei, bei, bei einigen Systemen natürlich Ausreißer von dem, was du gerade sagst, aber ja. Also im, im, im Grundding wäre das, das Minimalste wäre die 1 und das Maximalste in dem Fall jetzt eine 14, wenn ich einen 6er Pasch hab plus 2. Und es ist, ähm, das ist jetzt tatsächlich so ein Grundmerkmal von PBTA, glaube ich, mit den, mit den Würfeln, ne? Mit dem Erfolg, dem Teilerfolg und dem Nicht-Erfolg sozusagen. Ja. Genau. Das heißt, Marco, du hast es so schön schon gestern erklärt. Vielleicht magst du es nochmal zusammenfassen. Diese, diese Range von den, von den, ähm, Teilerfolgen oder was meinst du? Genau, also. Ja. Also du hast eigentlich immer ein ähnliches Prinzip, ähm, 6 und drunter ist immer, der Spielleiter kann dir das Leben zur Hölle machen, der Spielleiter, die Spielleitung hat, ähm, die, die Erzählrechte, wenn du so willst, ja, und kann dir einen reindrücken. Das ist, ähm, und soll das auch. Also dann wird das Spiel eskaliert und die Spielleitung eskaliert, ähm, die, die, die Situation. 7 bis 9 ist eigentlich immer, es ist grundsätzlich mal gelungen. Also das, was du versucht hast, erreichst du auch, aber die Spielleitung darf dir, ähm, einen kleinen Haken oder Kosten oder irgendeine Erschwernis rein, äh, reindrücken. Also, um mal ein ganz klassisches Beispiel zu machen, du kriegst die Tür auf mit deinem Dietrich, aber der Dietrich darf dir abbrechen oder sowas, ne? Also, oder es dauert länger, als du gedacht hast, solche, solche Dinge. Oder, ähm, ähm, äh, es macht irgendein, es macht irgendein Geräusch und eine Wache kommt auf dich zu, aber es darf jetzt nicht sein, dass, dass direkt, du machst die Tür auf und dahinter steht ein Drache und, und brutzelt dich mit Feuer, ne? Weil, ähm, du hast grundsätzlich schon mal das geschafft, was du machen willst, nämlich diese Tür auf und es ist ein Erfolg für deinen Charakter. Und bei 10 und drüber ist es in der Regel so, dass der, dass, dass, dass der Spieler oder die Spielerin das Haupterzählrecht hat und einfach glänzen kann und einfach die Szene rockt, ne? Und sagt, okay, ähm, ich lege los. Was mir dabei echt super wichtig ist, weil das auch so ein ganz krasser Knackpunkt bei PBTA ist, ähm, PBTA-Würfel sind nie Eigenschafts- oder Fertigkeitswürfe. Also, sie sind nie ein Wurf auf die Aktion, die ich da gerade mache, sondern sie sind ein Szenenwurf oder, ähm, 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 wie geht die, die Situation für mich jetzt weiter? Also, es geht nicht darum, selbst bei einem Misserfolg kann die Spielleitung sagen, ja, die Tür geht auf, also du hast es geschafft, diese Tür zu öffnen, aber leider ist das, was hinter der Tür kommt, nicht das, was du erwartet hast, ja? Also, es wird viel schlimmer für dich dadurch, dass diese Tür aufgeht. Ähm, das ist halt total wichtig, dass, dass man begreift, PBTA ist kein Skillwurf. Also, den gibt's da so gut wie nie. Also, während man jetzt in DSA versucht, den Berg hochzukommen und auf Klettern würfelt, 20 Mal dabei scheitert und stirbt, ähm, versucht man beim Monsterharz, sagt man, okay, ich kletter da hoch und dann wird man kreativ, wie man das schafft. Oder, ja. Und dann geht's vielleicht eher darum, dass man würfelt, zum Beispiel, wenn jemand Hilfe will, dass man dann irgendwie beim Monsterharz besser auf heiß machen würfelt, oder weiß ich nicht. So, wie, wie hole ich mir jetzt die Unterstützung? Also, ähm, weil das Beispiel jetzt im Negativen schon ein paar Mal, ähm, gefallen ist, ich will jetzt nicht in DSA-Bashing, äh, verfallen. Ich leite ja auch DSA, ich darf das. Genau. Ist das nicht so? Das ist halt echt wichtig, dass, dass es bei den PB... Das ist einfach unterschiedlich. Ja, genau. Dass die, dass die Herangehensweise an, also, dass der Würfelwurf eine andere Bedeutung hat bei PBTA-Games als bei klassischen Spielen, wo es um die Aktion geht, die der Charakter gerade macht, und, ähm, ob die gelingt oder nicht. Und bei PBTA geht es darum, wie kommt mein Charakter jetzt aus dieser Szene raus? Also, was macht das mit der Story? In welche Richtung geht die Story gerade weiter? Unabhängig davon, ob die einzelne Aktion des Charakters jetzt gelingt. Sondern es geht darum, eskaliere ich das als Spielleitung oder, ähm, als Spielende passiert und was Gutes oder nicht? Ja, das, das ist eher die Frage bei PBTA. Okay. Und das umfasst meistens eine ganze Szene und nicht eine einzelne Aktion. Und, ähm, genau, was da auch das Schöne ist ja, dass jedes Mal auch da steht, was passiert. Also, jetzt beim Teilerfolg zum Beispiel sieht man dann hier auch, ich mach das mal kurz größer, ähm, es steht immer drunter auch, was man erreichen kann und das wird dann umgedeutet auf das Szenario oder auf die Szenerie. Genau. Also, es ist eigentlich alles sehr, sehr klar vorgegeben. Und man hat die Freiheit, alles draus zu machen. Also, ähm, was einspielt, wo das sowas ähnlich ist, wo man halt mit Karten funktioniert, das ist für mich bei Idras Glywyd, da ist es nämlich halt auch, die Karten lösen im Grunde genommen einen Konflikt am Ende der Szene. Also, man kann die Szene natürlich auch einfach so abschließen und sagen, so, wo jetzt, äh, die Charaktere sind jetzt, äh, auf dem Weg zum, zum, zum Bürgermeister, zack, Ende. Aber das ist ja langweilig. Man möchte ja irgendwie auch, äh, was erreichen, dass es weitergeht, dass was passiert, dass, dass, das, äh, die, die, äh, Spielfiguren auf irgendwelche Widerstände treffen, weil ich meine, ähm, ähm, wir lesen uns auch kein Buch durch, wo es nur darum geht, wie jemand von A nach B geht. Das, äh, das, äh, ist, glaube ich, also, vielleicht, wenn man es irgendwie sehr angenehm haben möchte, aber, äh, normalerweise sollte einer Romanfigur irgendwie noch was passieren dabei. Und deswegen hat man halt, äh, weil bei Idras Glywyd eben diese Karten, die im Grunde genommen genauso funktionieren, dass, äh, wie, wie, wie die Teilerfolge und Erfolge bei, bei Monster Harz, nämlich, es passiert und du bekommst noch etwas, es passiert, aber etwas ist und dann halt noch, äh, die Karte, der verpflegt, er skaliert, wo halt, äh, dann auch die Spielleitung was machen darf. Ja. Genau. Und das ist tatsächlich, ähm, das sind tatsächlich schon so die, die Hauptmerkmale von PBTA, die sind dann ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, dass jeder, der sowas liest, es auch versteht. Die Umsetzung ist dann tatsächlich eben das, was wir vorhin schon gesagt haben, diesen Transfer herzustellen, genau, oder, ja, die, die Art zu spielen. Aber tatsächlich jetzt vom, vom Regelmechanismus ist es das, das sind die Playbooks, das sind die Spielzüge, ähm, was ich noch wichtig finde, ist, ähm, die Agenda. Ähm, das ist ja, und die finde ich tatsächlich sehr schön, nicht nur für, für, äh, PBTA, sondern das kann man ja eigentlich ziemlich auf jedes Rollenspiel übertragen. Das ist das, was Marco vorhin schon angesprochen hatte, nämlich, äh, lass die Spielwelt real wirken, sorge dafür, dass das Leben der Spielenden nicht langweilig ist, sei Fan der Spielenden, äh, dann, äh, mit Spannung, gut, das muss man natürlich wollen, ne, trenne die Spielenden, gib Anzeichen für Gefahren und achte auf Spotlights. Das finde ich vor allem sehr wichtig und das lässt sich auch in jedem anderen, es lässt sich auch in DSA umsetzen. Es lässt sich in jedem Rollenspiel umsetzen, dass wirklich, ähm, Charaktere mindestens einmal in der Session die Möglichkeit haben, wirklich mit ihrem Charakter zu glänzen. Und es ist so schön, dann die Gesichter der Spielenden anzuschauen. Ja. Tatsächlich. Ja. Und ansonsten? Das ist auch das, was ich eben meinte, dass halt viele PBTA-Spiele, äh, oder in dem Fall ist es ja eigentlich so, weil die meisten schreiben ja von Vincent Baker ab, ne? Also das ist ja eine Geschichte, die, die, die Vincent Baker irgendwann mal vor Urzeiten in irgendwelchen Wüsten amerikanischen Foren, ähm, entwickelt hat mit ein paar klugen Köpfen, ähm, das war deutlich vor der Zeit, bevor ich mich mit sowas beschäftigt habe, ähm, wo es einfach dieses Story-Now-Gedanke kommt, dass man sagt, die Story entsteht in dem Moment, wo ich sie spiele und ich habe nicht einen vorbereiteten Plot, der irgendwie auf dem Papier steht, und was macht eigentlich Rollenspiel für uns aus? Also was ist eigentlich das, was uns wichtig ist? Und das ist das, was ich eben sagte, dass, ähm, Spielleitungen mit ein bisschen Erfahrung und du sagst, auch in DSA oder auch in, in, in anderen, ähm, ähm, äh, Spielen, diese Agenda eigentlich sehr oft im Kopf oder eher im Bauch, äh, würde ich sagen, also in der Intuition haben, ähm, ähm, aber da hat's halt irgendwann mal jemand aufgeschrieben, ne? Also, äh, und, 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 und formuliert. Und das, das finde ich schon, ähm, eine schöne Leistung. Mittlerweile schwappt das ja auch wieder zurück, also ähnlich wie bei Fate auch, das hat man bei Fate ja auch gesehen, viele Elemente, wie die Fate-Punkte, die in Fate aufgekommen sind, sind dann zurückgeschwappt als Bennys, als irgendwelche Schicksalspunkte, als irgendwas in andere Spiele, ähm, und das ist bei PUT ja auch so, dass Elemente wie dieses Fail-Forward, also ich, äh, hab einen Misserfolg im Würfelwurf, aber in der Story geht es trotzdem vorwärts und weiter, ähm, das ist ja auch ein Thema, was jetzt, hab ich heute gelernt, auch im DSA-5-Regelwerk drinsteht, ja? Ähm, ähm, ich glaube, da ist einfach die Szene, das Hobby so, dass sich das immer gegenseitig befruchtet und man auch gerne von anderen abschreibt, was ich auch super finde, ja? Also, dass, dass, dass einfach so eine, und auch da gibt's, glaube ich, kein richtig oder falsch, ähm, ich glaube, es gibt auch einfach Menschen, die mit der Art, wie PBTA an, an Spielleitung rangeht, einfach nicht gut klarkommen und das einfach nicht ihre Art ist, zu spielen, ne? Also, ich, ich kenne Menschen, die ich dafür bewundere, wie unglaublich geschickt die darin sind, krasse Plots sich auszudenken mit irgendwelchen Twists, auf die ich im Leben nicht gekommen wäre, wo ich einfach aus der Runde rausgehe und sage, meine Güte, wie aus einem guten Kinofilm, dass ich bei der Story dabei sein durfte, war einfach super cool, aber das kann ich halt einfach nicht gut, ne? Ja. Und, ähm, dieses Flexibel auf, ähm, das, was die Spielzüge, was die Würfel mir vorgeben, zu reagieren, das einzubauen, die Leute da abzuholen, auch wenn mir Leute was zubewerfen, in der Charaktererschaffung, einfach das abzufeiern und zu sagen, wie cool ist das denn, wie kannst du das jetzt am interessantesten einbauen in die Geschichte, ähm, das ist halt einfach was, was mir mehr liegt und insofern zieht es mich halt auch eher zu diesen Spielen hin, ne? Weil es ist nicht so, dass alle PBTA-Spiele regelleicht wären, also es gibt durchaus mittlerweile auch Spielarten von PBTA-Games, wo ich sage, warum zum Teufel muss dieses Regelwert 200 Seiten haben, ja, das erschließt sich mir nicht, aber gibt es, ja. Beim ersten Mal City of Mist lesen habe ich, habe ich mich tatsächlich, das sind ja zwei dicke Bücher, habe ich mich echt gefragt, was will der von mir, also, das habe ich nicht begriffen. Ja. Oder sie, findest du das anders, Friederike, also ich? Ja, ich habe bei City of Mist noch die einbändige Ausgabe, also die gehört mir zu den schwersten Regelwerken, die wir besitzen. Ja. Ja, aber dass dieses, dass das teilweise dann, ähm, klar, ich meine, wenn man, dass das in andere Spiele dann irgendwie übergreift oder, äh, das, das ist ja auch irgendwo, ähm, ja, ja, ich meine, warum sollte man denn nicht etwas, was, was, was einem gefällt, auch nehmen und dann, was, also, äh, das vielleicht in das eigene Spiel einbauen, ne, zum Beispiel also auch, ähm, wenn man, äh, sich Coriolis genau anguckt und feststellt, diese Finsternispunkte, das ist nichts anderes als eine Fade-Punkt-Mechanik. Mhm. Weil die Spielleitung, die nämlich genauso verwenden kann, wie in einem Fade-Spiel, äh, die, 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 ja, in einem Fade-Spiel die, äh, ja, in einem Fade-Spiel die Fade-Punkte, kann sie halt auch genauso diese Finsternispunkte einsetzen und solche Sachen. Also, da merkt man schon, dass da offensichtlich jemand, ähm, auch mal Fade gelesen hat beim, äh, erstellen dieses Spieles und ich finde das nicht schlimm, weil, ähm, also, ich meine, ich mag Fade, ich mag Coriolis und wenn es dann, sowas da wiederzufinden ist, dann natürlich auch schön. Ja, absolut, ja. Ja. Ja, es gab jetzt eine Frage im Chat, nämlich, worauf muss Mensch sich denn als Spielerin einstellen? Vielleicht auch nur vom, vom Mindset her. Wenn ich in eine PBTA-Runde gehe, im Vergleich zu, ähm, einer D&D-Runde oder ähnliches? Hätte ich eine Antwort drauf, aber willst du anfangen, Friederike? Nee, ich überlege noch, was du jetzt. Also, ich glaube, dass die größte Herausforderung, zumindest bei dem, was ich so in meinen Runden die letzten zwei Jahre mitbekommen habe, ist, dass dir der Charakterblatt nicht alles sagt, was dein Charakter kann, ja? Ähm, das ist ähnlich auch wie bei, bei Fade, wo du halt ein paar Aspekte hast. Da hast du, bei PBTA hast du halt diese Spielzüge. Das sind deine, deine Spotlight-Dinger, sind das, was du auf deinem Blatt hast, was du an besonderen Spielzügen kannst. Das ist das, äh, was weiß ich, bei, bei, bei Buffy oder sowas ist das halt das, äh, Killen von Monstern, bei, ähm, Hexen sind es halt, äh, die, das, das Zauberwirken oder sowas. Also, das ist das, was nur dein Charakter in dieser Runde kann. Deswegen gibt es auch die Regel, dass es jedes Playbook nur einmal in der Runde gibt, weil diese Spielzüge halt diesen Charakter besonders ausmachen. Weil, dafür hast du aber rechts und links davon auf deinem Charakterblatt gar nichts stehen. Also, du kannst anhand deiner Werte nicht sehen, bin ich jetzt besonders gut im Jagen oder bin ich jetzt besonders gut im Schlösserknacken oder sowas, ja. Du hast so einen leichten Indiz in den Attributen in den 4, 5, aber das ist sehr minimalistisch. Und es gibt keine Feeds und es gibt keine Sonderskills und es gibt keine, ähm, ähm, wie heißt das bei, bei DSA, diese Sonderfertigkeiten oder sowas. Das gibt es alles nicht bei PDA. Ja, das heißt, dein, das kommt aus dir. Das kommt daraus, wie konsistent du deinen Charakter in der Erzählung darstellst. Und auch das muss man mögen. Also, du kannst halt nicht in der Szene sagen, ich würfel jetzt mal auf Verborgenes erkennen oder so, oder auf, ähm, äh, äh, Empathie oder sowas, sondern du spielst einfach. Und wenn es dafür einen Spielzug gibt, dann wird das in Regeln aufgegriffen. Wenn es dafür keinen Spielzug gibt, entscheidet einfach die Spielleitung, das gelingt oder das gelingt nicht. Das wird einfach im, im Erzählen ausgehandelt und es gibt keine Werte darauf. Äh, das fällt vielen Spielenden beim ersten Mal schwer, weil es so diese Frage ist, du hast eben gesagt, die Spielleitung sagt mir nicht, was ich tun soll, aber umgekehrt, mein Charakterblatt sagt es mir auch nicht, was ich kann. Also, mein Charakterblatt sagt mir nicht sofort, was ich kann, außer diese spezialisierten Spielzüge. Und ich glaube, das ist schon, wenn man, ich, gerade wenn man jetzt, ich sag mal, von, von sehr detaillierten Regeln kommt, ähm, ich nenne mal jetzt nur so RuneQuest, DSA, ähm, ältere D&D, also 3.5 vor allen Dingen oder Pathfinder-Varianten, sowas, ne? Wenn man solche Systeme gewöhnt ist, ist man ja gewöhnt bei der Charaktererschaffung, durch Werte, durch Punkte, seinen Charakter sehr klar zu definieren und auszuformulieren. Und das gibt's bei Pivotier halt überhaupt nicht. Ja, das entsteht aber tatsächlich, also man muss ja auch nicht mit einem, also man geht da selten dann mit einem fertigen Charakter rein, sondern man hat, finde ich, so diese, schon so ein Bild vom Charakter, ja, ich bin die und die und hab so das und das Grundprinzip, aber es entsteht wahnsinnig viel während dem Spiel. Und ich glaube, was vielleicht noch für mich so ein bisschen, wenn ich jetzt vergleiche, so ein Unterschied wäre, ist, ähm, keine Angst haben, davor Fehler zu machen. Hm. Ähm, es ist total cool, Fehler zu machen, weil daraus spannende Situationen entstehen. Also zu scheitern, es ist wirklich auch was Spannendes und es gehört dazu, genauso wie auch mal Erfolg zu haben. Also dieses, dieses Ausgeglichene, finde ich, ist wichtig, weil bei, ich finde bei so, ähm, ja, wenn ich jetzt mir DSA anschaue, dann ist es so dieses klassische, auch kooperative, ne, wir müssen irgendwie gemeinsam irgendwas, äh, weiß ich nicht, äh, irgendeinen Auftrag erledigen, hatten wir schon gestern. Ähm, und bei Monster Heart zum Beispiel kann es halt auch sein, dass ich in einen Konflikt gerate mit einem anderen Spielercharakter. So, also gar keine Angst haben, einfach vorm Spielen. Mhm. Ich glaube, das ist beim ersten Mal, wenn man, wenn man das allererste Mal PBTA spielt, man vielleicht einfach sich auch trauen sollte, viel nachzufragen. Auch wenn es dann, äh, das Spiel vielleicht unterbricht, aber wenn man unsicher ist, dann vielleicht einfach mal nachfragen. Oder sich wieder dann einklinken, wenn, wenn, wenn... Bei, bei einigen, ich weiß jetzt gar nicht genau, was es ist, ich glaube, es war Dungeon World oder auch Monster Hearts, ich weiß es nicht, steht explizit drin, stelle viele Fragen, reagiere auf diese Fragen. Also, es steht als eine der Hauptregeln drin, ne, also, ähm, ja. Ich finde übrigens, ähm, wo wir gerade dabei sind, was man als Spieler erwarten kann oder spielen da, ähm, ich finde, da gibt es eine extrem große Überschneidung zur, zur ganzen OSR-Szene, zu dieser, ähm, neuen, äh, Oldschool-Renaissance-Richte. Weil auch da sind die Regelsysteme meist sehr kondensiert. Also, du hast irgendwie bei alten D&D hast du ja auch nur, ähm, die sechs Attribute, mit denen du da spielst. Also, D&D oder, oder Basic- und Expert-Regeln. Und du hast auch eine andere, äh, Geschichte, wie du, wie du, ähm, vorbereitest, ne. Du machst normalerweise einen Standort oder, äh, ein paar Nichtspieler-Charaktere und die haben eine Agenda und, ähm, die Welt lebt irgendwie und, und handelt auch ohne dich, ja. Also, es passiert in dieser Welt irgendwas, auch wenn die Charaktere nicht mitspielen. Und diese ganzen Elemente passen eins zu eins genauso auf PVTA. Ähm, und du hast auch diese ganzen Skill-Listen noch nicht und diese ganzen komplexen irgendwie Zusatzfertigkeiten noch nicht. Ähm, also da sehe ich sehr große Überschneidungen in dem, wie gehe ich an so ein Spiel ran? Ähm, es gab jetzt die letzten Wochen total viele, ähm, Diskussionen in der D&D-Welt zu dem Thema Spielleitermangel, ja, oder, oder, dass es einen Mangel an Spielleitung gäbe und ganz viele, ganz viele Spielende keine Spielleitung finden würden. Und, äh, ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt, dass die Erwartung an eine Spielleitung, äh, irgendwie die Regeln perfekt zu kennen und eine Welt vorzubereiten und auch noch einen Plot vorzubereiten und dann auch noch Showmaster zu sein, dass das einfach sehr, sehr hoch ist, ne, diese Erwartungshaltung an eine Spielleitung. Und das hast du halt bei PVTA nicht, weil dir sehr viel von diesen Plotten, und, und Balancing und Encounter erstellen irgendwie, die irgendwie spannend sind und die ausgeglichen und balanced sind und sowas, das fällt alles weg. Das, das hast du halt alles komplett nicht bei, ähm, PVTA. Und das macht halt auch das Leiten und das, das Zusammenspielen einfacher. Ja, da sind wir jetzt tatsächlich wieder an dem Punkt, wo ich dich vorhin nochmal unterbrochen hab. Ähm, nämlich auch so ein bisschen, ja, die Vorbereitung oder so ein Plot, ähm, machen. Ähm, ich hab festgestellt, ich mach, ich schreie, ich, oder, ich entwerfe ja ganz viele Abenteuer auch selber. Und ich mach das inzwischen tatsächlich mit diesem Spotlight-Aspekt, dass ich mir überlege, ich hab, ähm, wie sind die Charaktere, die ich hab? Was macht die aus? Und wie kann ich den maximal, ja, wie kann ich die einfach in Szene setzen? In irgendwas, was wirklich gezielt auf die Charaktere auch geschrieben ist. Aber es gibt bei mir einen fixen Plot. Und das war genau der Punkt, wo ich vorhin meinte, da kommen wir noch hin, dass ich da, glaub ich, an Monsterharts ein bisschen gescheitert bin. Ich hatte, ich hatte eine fixe Idee, ich hab möglichst das ortsunabhängig gemacht oder, oder, unabhängig von Anastis, um den Spielenden die Freiheit zu lassen, da einfach viel reinzubringen und das dann darauf quasi so umzumünzen. Aber ich hatte halt diesen, diesen Plotstrang drin. Und ich glaub, das war das, was, was es aus Leitungsebene so ein bisschen gecrashed hat. Genau. Also, zurück an euch. Wie bereitet man vor? Gar nicht. Genau. Also, sagen wir mal, bei Monsterharts ist es tatsächlich, also ich erzähl das aber gerne, einer meiner Plotts bestand daraus, an eurer Schule gibt es ein Schulfest, was macht ihr? Ein was? Da waren die Charaktere aber auch schon etabliert und hatten ungefähr, es war schon klar, irgendwie der eine hatte sich mit dem Football-Team angelegt und die eine war irgendwie, die hatte irgendwie ein Auge auf eine andere Spielfigur geworfen und solche Sachen. Also, das ist natürlich am Schluss völlig eskaliert. Aber, ja, und das ist halt sowas, was mir halt auch sehr entgegenkommt. Aber was, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte ein bisschen mehr vorbereiten oder man möchte irgendwie so ein bisschen auch schon so ein Gefühl bekommen, gerade bei Monsterharts gibt es ja diesen Sitzplan. Ja. Und wenn man den ausfüllt, dann merkt man schon so, wie sind denn die Dynamiken in dieser Klasse oder wie sind die Dynamiken innerhalb der Spielfigur, ne? Weil die Queen sitzt halt irgendwie immer mit ihrem Gefolge irgendwo oder vielleicht ist der, weiß ich nicht, ist die Hexe diejenige, die absolut die Streberin ist und deswegen in der ersten Reihe sitzt und irgendwie mal versucht, den LehrerInnen zu gefallen und solche Sachen. Und das gibt schon sehr viel. Und wir hatten auch mal bei Monsterharts, wir haben einen Sitzplan gemacht. Die Vorgabe war, ihre Charaktere üben den Sommernachtstraum ein. Ich glaube, das haben wir ungefähr eine Spielsitzung durchgehalten, wie die halbe Spielsitzung. Und dann war es sowieso egal, weil diese ganzen Reibereien, die wir untereinander hatten, das hat gereicht. Also wir haben es völlig eskaliert. Aber ja, und irgendwann, also der Spielleiter hat irgendwann quasi seinen eigenen SC mitlaufen. Und das war langsam, ich glaube, sonst auch, wenn es schön ist, euch zuzugucken, aber ich mache halt auch immer mit. Ja. Das ist so gemeint, Friedrich, das war nicht abgespielt. Man kann da auch ein bisschen mehr vorbereiten. Das kommt dann, glaube ich, auch auf die Charaktere davon. Aber ich glaube, für so eine erste Runde würde ich gar nicht viel vorbereiten. Da würde ich mich vielleicht so ein bisschen vom Sitzplan leiten lassen oder von irgendwelchen Ideen wie, also es sollte auf jeden Fall ein geschlossenes Setting sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, das weiß ich, mir fällt jetzt kein Gegenbeispiel an, aber zum Beispiel immer so, es ist ein Schulausflug. Aber am besten Schulausflug, weiß ich nicht, zum Beispiel an einem Ort, also ihr fahrt mit der Klasse in ein Museum oder sowas, oder halt Schulfest oder Sportfest oder irgendwie sowas. Dann entstehen die Geschichten eigentlich von alleine. Ja, das ist das Spannende. Ich habe den Plot schon mal schön hier versucht, und meine Spielenden sind halt alle so super harmonisch, weil die es gewohnt sind, wir müssen als Gruppe zusammen irgendwas schaffen. Und das ist einfach, die haben gar keine untereinander, gar keine Reibungspunkte. Es war eine total harmonische Schule. Und ich war immer so... Ich fand das ganz lustig gerade für dich, weil was du gerade gesagt hast, du hast im Prinzip, wir hatten am Sonntag Session Zero für unsere Monsterharz-Runde. Margot, alles geklaut. Ich habe genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast, genau das. Wir haben auch ein Schulfest und es wird ein Schulstück aufgeführt. Und es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Warum? Weil es funktioniert. Ja, ich meine, das passt halt auch. Ich glaube, in der Schule gibt es auch nur eine endliche Anzahl an Geschichten, die man erzählen kann. Also ich denke mal jetzt, man muss dann wahrscheinlich dann überlegen, um irgendwas total Neuem anzufangen. Aber wenn es jetzt funktioniert, dann nimmt man halt Schulfest, Schulaufführung, Klassenausflug. Genau, weil das sind die Sachen, also auch dieses Schulfest und diese Aufführung, das sind die beiden Sachen, die ich reingeworfen habe. Und was am Ende der Session Zero dann, also was die Gruppe daraus gemacht hat, ich habe nur noch mitgeschrieben nachher, weil die gesagt haben, ah, dann könnten wir das noch machen und der könnte das und hier und so. Und dann kommen ja doch die Verbindungen rein. Also wo in jedem Playbook, also auf jedem Playbook stehen ja so ein paar Fragen zum Hintergrund drauf. Du hast das und das gemacht. Wer hat dich dabei beobachtet? Oder wer von den Anwesenden weiß das und das von dir? Das führt einfach dazu, dass die Gruppe sich so viele Gedanken darüber macht und so viele Ideen in den Raum wirft, wie so ein Brainstorming, dass ich als Spielleitung da einfach nur noch sitze und mitschreiben muss. Mehr muss ich eigentlich gar nicht tun. Ich glaube, das wird übel. Das wird, genau. Übel gut. Gut, nächsten Dienstag. Ihr müsst hier alle einschalten. Wir haben super Masken, super Charaktere, super Leute. Aber das, genau. Und das ist genau das, was ich sage, wenn du dann mich versuchst, in so eine Dynamik einen festen Plot durchzuziehen, wirkst du einfach alles ab. Also du wirkst das ab, was von den Spielen denn sowieso kommt. Und wenn es nur unterbewusst ist, weil nach dem Motto, ich habe doch diese Szene geplant, und warum bringe ich die denn jetzt unter? Auf der anderen Seite finde ich es, gut, bei Mozart ist es aber auch echt extrem, weil du da die Dynamik in der Gruppe sehr viel hast. Das ist ja nicht bei allen PBTA-Spielen so, dass man gegeneinander spielt. Also es wurde im Chat eben, wurde das Sprawl zum Beispiel genannt. Das ist ja quasi die PBTA-Variante von Shadowrun. Da geht es schon darum, wir sind eine Gruppe und wir versuchen jetzt diesen Run irgendwie möglichst gut über die Bühne zu bekommen. Oder bei Monster of the Week ist es so, wir gegen das Monster. Also es ist schon so, dass es PBTA-Spiele gibt, wo man auch dieses harmonische Gruppengefüge hat. Aber dieses Offenplanen, das finde ich schon echt sehr wichtig. Was man gut planen kann, wie ich finde, ist so die Stimmung, den Ton, was will ich eigentlich rüberbringen? So ein paar Nichtspieler-Charaktere, die können ja flexibel auftauchen. Da kann ich vielleicht auch offen lassen, dass ich die, da habe ich vielleicht ein Bild und eine Motivation vor Augen, aber wenn die nur mal in die Szene, wo ich sie geplant habe, gar nicht reinpassen, dann nehme ich sie halt her und brauche sie für was ganz anderes. Aber da hat man zumindest so ein bisschen was, woran man sich entlang oder festhalten kann als Spielleitung, sage ich mal so. Und was ich sehr oft bei PBTA habe, ist eine Art Doom-Glock. Also, dass wenn die Spiele dann irgendwie nicht vorwärts machen, dann warte ich eigentlich nur darauf, dass mal eine Sechs fällt oder mal irgendwie ein Wurf misslingt und eskaliere dann einfach brutal. Ich glaube, das ist auch das, zumindest, also zumindest ist das so meine Erfahrung, keine Angst davor, richtig zu eskalieren. Keine, also richtig aufs Gas, immer rein. Weglaufen können sie immer noch. Das ist halt auch so ein bisschen das, was ich bei D&D oder DSA überhaupt nicht konnte. Begegnungen so planen, also Encounter oder so, wie es auch in D&D Englisch heißt, so zu planen, dass sie A spannend und B auch noch schaffbar waren. Also diese Balance zu schaffen, Konflikte so zu schreiben und zu planen im Vorfeld, dass es dann nachher tatsächlich auch aufgeht in der Story, das habe ich irgendwie nie hinbekommen. und das ist sowohl bei PBTA überhaupt nicht nötig, weil du durch das Erzählerische sehr einfach den Spannungsgrad rauf und runter schrauben kannst in der Szene, weil es halt keine Angriffswerte oder Rüstungswerte oder so in dem Sinne gibt. Und bei OSR übrigens auch, da müssen halt nur die Spieler einschätzen, überleben wir das oder nicht oder laufen wir jetzt weg. Also da brauchst du es auch nicht Balancing-mäßig schreiben. Aber das hilft mir beim Vorbereiten ungemein. Ja. Wobei ich habe zum Beispiel eins oder meine Lieblings-PBTA-Systeme zum Anschauen ist von Kassandra von 3P geleitete So tief die schwere See. Weil die so spannend und so immersiv sind und da habe ich schon das Gefühl, dass sie irgendwo einen Plot hat. Es wäre spannend, wenn sie da wäre heute. Hätte sie noch ein bisschen was erzählen können. Muss dann beim nächsten Mal dabei sein. Aber ich glaube halt sehr, sehr flexibel. Also wie du schon gesagt hast, es gibt glaube ich einfach Spielende und auch Spielleitungen, in denen liegt dieses System, diese Art, Geschichten ja, spontan zu malen, zu gestalten miteinander. Ja. Und es ist auch voll okay, wenn es manchen nicht liegt und sie das dann einfach nicht gerne spielen. Also es ist ja auch kein PBTA-only-Ding. Also Fate hat Friedrich eben schon genannt oder Idris B oder sowas. Es gibt auch, was weiß ich, Kids on Bikes macht das auch ganz extrem mit Fragestellung und Setting bauen vorher und so. Es ist ja nicht so, dass das PBTA das alleine macht. Es ist halt nur, ich glaube, es ist deswegen auch so weit verbreitet, weil Vincent Baker halt irgendwann mal gesagt hat, hier habt ihr es, macht damit, was ihr wollt. Also von der Lizenz her oder von dem Thema her, weil er einfach gesagt hat, hier, ihr dürft es wirklich so benutzen, schreibt eure Systeme, verkauft sie auch, wie ihr wollt, ich schenke es euch, macht damit, was ihr wollt. Das ist ja auch nicht bei jedem Spiel so. Insofern hat das sicherlich auch dazu beigetragen, dass es so viele verschiedene PBTA-Systeme gibt, weil du dir halt echt keinen Kopf machen musst, steht jetzt morgen der Autor auf der Schwelle und verklagt mich irgendwie. Das ist ja auch noch so ein Punkt, der damit ein bisschen mit rein spielt, finde ich. Und das ist wirklich für die Spielenden, meiner Meinung nach, das hast du ja auch gesagt, dass es für dich als spielend überhaupt kein Problem war, da reinzukommen. Ich glaube, für die, die am Tisch sitzen, das erste Mal PBTA spielen, wenn du ihnen ein, zweimal erklärt hast oder vielleicht auch in der Szene gesagt hast, hey, keine Angst, mach einfach. Du kannst nichts falsch machen, mach einfach. Dann läuft das schon auch irgendwie. Es würde mich mal interessieren, ob man, wenn man das zum ersten Mal spielt, sich vielleicht, jetzt beim Monster Heart zum Beispiel, wenn ich überlege, sich eine Maske aussucht, wo man das Gefühl hat, okay, die kann ich vielleicht ganz gut verkörpern oder die liegt mir vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich mir das wünschen soll oder nicht. Meiner war die Queen. Aber ich finde sie toll. Ist ja auch toll. Ja, vor allem, weil man denkt ja bei Queen, auch das ist im englischen Regelwerk ja auch so, man denkt immer die Queen und da steht ja eigentlich drin, dass das ist nicht unbedingt eine weibliche Person oder eine weiblich gelesene Person, sondern die Queen kann halt auch der Käpt'n des Footballteams sein. Ja. Oder der Faye. Das finde ich übrigens auch. Das mag aber Every Elder geschuldet sein ein bisschen. Ich finde, dass diese Szene um PVTA rum sehr früh, sehr offen, sehr inklusiv war. Also weiß nicht, wie du das empfindest, Friederike, aber ich hatte den Eindruck, mag aber auch sein, dass ich sehr viel aus der Monsterharz-Richtung komme, aber diese Stereotypen, Denken und welches Geschlecht, welche Hautfarbe und so, das hat eigentlich, das war bei PVTA schon immer relativ offen, habe ich den Eindruck gehabt. Ja, aber bei Monsterharz ist es tatsächlich, also glaube ich, nochmal mehr oder beziehungsweise expliziter erwähnt. Ich habe jetzt das nebendran auf und ich meine, da steht, this game is queer. Es ist ein queeres System, ja. Und das kann man auch nicht, man kann auch nicht sagen, nö, das lasse ich raus, weil dann, Gott, die Monsterharz nicht verstanden. Ja, aber ich glaube, das ist dann setting-spezifisch, oder? Bei Monsterharz ist was, das spielt meistens in der Jetzt-Zeit Anschulen und das ist nun mal so, dass in unserer Gesellschaft Diversität vorhanden ist, ob man das jetzt möchte oder nicht. Es ist jetzt was anderes, wenn ich zum Beispiel so tief die schwere See spiele und dann in einem bestimmten Setting bin, wo halt, je nachdem, ob man das historisch korrekt spielen will oder nicht, je nachdem, wo man dann ist oder nicht. Also es kommt natürlich auch auf das Setting an, was das, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Monster of the Week ist oder so, aber spielt es eigentlich keine Rolle. Aber alleine, wenn ich mir, wenn ich mir Mythosworld anschaue, in dem Tulu-Hintergrund, der, sagen wir ja mal, Lovercraft nicht ganz unproblematisch ist in einigen Sachen, ja, selbst da ist sehr stark, also gibt es sehr viele Hilfestellungen und Hinweise darauf, wie kann ich das machen, ohne die Probleme dieser Zeit mit in meinem Spiel zu haben. Ich sage jetzt mal Sexismus, Rassismus in der Zeit, wie mache ich das, wie spiele ich dieses Spiel und habe trotzdem das Feeling der Zwanziger, ohne diese Probleme zu thematisieren in meinem Spiel oder zu fortzuschreiben in meinem Spiel und ich habe zumindest den Eindruck, dass da sehr viel Wert drauf gelegt wird in der Szene. Mag aber, wie gesagt, nur sehr subjektives Empfinden sein. So, sollten hier irgendwelche anderen Menschen drin sein, die sich auskennen, wie kann ich denn Kommentare löschen? Wieso? Ich werde es noch rausfinden. Egal. Ah, okay. Nichts ganz Schlimmes, es ist nur irgendein komischer Spot oder so. Irgendein Spam, ja. Genau. Ja, aber, ja. Aber das, also gerade, das ist so, ja, ich liebe dieses System einfach. Monster hat, das ist ein tolles System. das machen wir jetzt hier noch hier, es gibt ja so schöne Ausrufezeichen hier und zu Monster Hearts gibt es natürlich hier auch Infos und einen Link, schaut alle drauf, wer es noch nicht hat, tot ist euch, das ist ein wunderbares System, das ist ganz, ganz toll. Ich habe, ich habe für nächsten Dienstag im Vorspann auch genau darauf Wert gelegt, dass ganz viel Verschiedenes vorkommt und ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz, ihr werdet das nächsten Dienstag sehen. Genau. Es ist nämlich gar nicht so leicht, alles zu finden. Wenn man jetzt zum Beispiel sucht nach Bildern von Jugendlichen, dann kriegt man meistens schon mal helle Haut, junge Mädchen und dann erstmal sehr lange nichts, außer man sucht spezifisch. Ja. Ja. Das ist aber, wenn du, also ich habe das Gefühl, wenn du grundsätzlich was anderes suchst, außer irgendwie jungen Menschen, dann musst du das auch so einschränken. Also ich hatte mal, also das fand ich echt heftig und ich habe dann gedacht, ich möchte einen Charakter spielen, eine Frau, Anfang, Mitte 40, so ein bisschen auch Kämpferin oder so was, also war nicht für PBTA, ich habe nichts gefunden. Ja. Ich musste echt suchen, ich war irgendwie auch keine Ahnung, weil irgendeiner Bilderdatenbank musste das dann irgendwie einschränken, aber ja, ich finde es halt schreckend. Das ist noch zu wenig findbar, sichtbar, tatsächlich, ja. Ja, fühlst du dich denn jetzt, fühlst du dich denn jetzt sicherer im Spielleiten oder würdest du es dir jetzt eher zutrauen? Wir werden schauen, was der Sonntag bringt. Naja. Ich kann beim schwersten wird es mir fallen, diesen Plot, den ich jetzt schon versucht habe durchzusetzen, fallen zu lassen. Ich glaube, dass ich da echt schlecht drin bin. Ich bin eine sehr kontrollierte Spielleitung. Ja. Also ich, ich bin, ich liebe es, so diese Marionetten-Ding zu sein, aber ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, also bei der Recherche jetzt für, für heute und auch mit euch und den ganzen Tipps, ähm, definitiv, ja, sind gute Dinge. Ich werde auch genau die Links, ähm, stelle ich noch rein. Vielleicht, Fräurig, hast du denn noch irgendeinen ganz tollen, ganz wichtigen Tipp, Info, irgendwas, was du noch, ähm, teilen möchtest? Ja, ich meine, wir haben es ja schon gesagt, aber, ne, das ist also play to find out what happened und ich glaube, das ist schon was, worauf man sich einlassen muss, das musste ich auch lernen. Also ich war auch jemand, die halt irgendwie so feste Vorstellungen für ihre Spielfigur teilweise hatte und so, das wäre jetzt total toll, wenn das passiert und auch so ein bisschen darauf hingespielt hat, aber es ist halt viel weniger anstrengend, wenn man sich da irgendwie, wenn man sagt, okay, ich gucke mal, was passiert und es entstehen halt mindestens genauso gute oder manchmal bessere Geschichten. Ja. Auch wenn es manchmal nur rückblickend so ist, ne, also wenn du dann am Ende des Abends sagst, boah, war das eine coole Story, aber wie ist die eigentlich zustande gekommen? Keine Ahnung, ja, es hat sich halt einfach so ergeben, das ist schon, und es ist schon auch so, das muss man auch sagen, man kann mit diesem Framework auch schon auch plotgetriebener, sag ich jetzt mal, spielen, ne, also es gibt schon auch, also Monster of the Weeks zum Beispiel ist gefühlt von den PBA-Systemen, die ich kenne, das Klassischstere, sag ich mal, ne, weil du halt tatsächlich so eine relativ feste Struktur hast, an der du dich entlang hangelst. Das fühlt sich manchmal sehr klassisch an, ähm, Monster of the Week. Ähm, Monster Harz dagegen ist irgendwie ein anderes Extrem, weil es da ja gezielt nur um die Beziehungen der Charaktere geht untereinander. Ähm, da ist das sehr speziell, auch wenn wir das jetzt sehr oft genannt haben, das ist A, ein sehr spezielles Thema und B, ein sehr enges Thema auch noch und auch in PTA noch ein sehr spezielles Thema. Ähm, auch wenn ich persönlich finde, dass es wirklich eines der am perfektesten beschriebenen Systeme überhaupt ist, ne, weil es genau das macht, was es machen will und das auch gut, aber es ist schon auch sehr speziell, das muss man schon auch ganz offen sagen, ne, also da gibt es schon auch mit Dungeon World zum Beispiel gibt es Systeme, die fühlen sich halt einfach wie D&D an und da kannst du dir jedes D&D-Abenteuer aus dem Schrank ziehen und das Nachspielen mit, ähm, wenn du dich nicht zu sklavisch an den Plot hältst, ähm, aber so als Baukasten kannst du es hernehmen und kannst sagen, komm, wir spielen das jetzt einfach mal, ne, und entdeckst diese Welt über ein anderes System. Das geht schon auch, ja. Von innen sieht man die Story oft nicht so gut, sagt es Ferngeselle. Ja. Ja, ich muss sagen, äh, ich glaube, ich habe, also zumindest, dass ich mich erinnern kann, dass ich zweimal angefangen habe, in der Runde zu, so, also das heißt richtig zu heulen nicht, aber wirklich Tränchen verdrückt habe, so, aber beides noch für WTA-Spiele. Also, äh, ein bisschen was damit möglich ist. Ja. Ich glaube, das waren also jetzt, die emotional aufrührendsten Runden waren definitiv, ja, Monsterharz und so tief die schwere See. Aber auf so eine gute Art, so, dass man wirklich denkt so, oh, was war das denn heute? Bei mir spielt auf dieser Skala durchaus auch Dread noch eine Rolle und, ähm, äh, ähm, Polaris, aber, ja, es sind alles Erzählspiele, es sind alles Erzählspiele. Ja, also vom, vom Intentitätslevel kann ich da auch noch Don't Rest Your Head mit reinwerfen, aber nicht so, dass ich da gesessen habe und das dann auch meine Mitspieler gedacht habe, so, oh Gott, was ist jetzt? Das haben wir falsch gemacht, X-Guard, oh Gott, das sind die Tools und ich habe gesagt, nee, es ist einfach nur diese Beschreibung gerade eben, die hat mich gerade so mitgenommen, es ist nicht schlimm, also, das, es zeigt ja, zeigt mir das, dass ich eine richtig gute Runde habe, die euch da Sorgen macht, aber es ist halt wirklich nur diese eine Beschreibung gewesen. Ähm, ja. Wobei ich finde, das ist auch ein bisschen systemunabhängig, also das ist, das ist einfach auch, ähm, wie, wie, wie die, wie, wie die Wellenlänge am Tisch einfach auch passt, mit welchen Menschen spiele ich, in welcher Umgebung spiele ich, ist es gerade der Abend, der passt, ne, und so, ich glaube, das kannst du nicht planen, ähm, das Einzige, das Einzige, was das vielleicht ein bisschen fördert, ist, das, was ich ganz, vor einer ganzen Zeit mal sagte, du hast halt diese, so, jetzt, ähm, Würfel raus, wir haben jetzt einen Kampf, ne, also diese, diese, diese Unterbrechung der Immersion, ähm, durch, durch ein brettspieliges Element, das hast du halt in PTA nicht so häufig, insofern fördert es diese Situation, meiner Meinung nach, ein bisschen, aber ich glaube, dass du das, ähm, also ich weiß von Menschen, die bei DSA und D&D auch schon Rotzenwasser geholt haben, insofern, also das, ich glaube nicht, dass das, am System liegt, mal vielleicht ein bisschen in die eine Richtung oder in die andere, was halt, was es in PTA schon gibt, das muss man schon sagen, es gibt schon sehr heftige Themen auch für, ähm, PTA, wo ich sagen muss, klar, wenn ich mir so ein Spiel rausgreife, und so ein Thema erkunden will in einem Spiel, ja gut, dann wird es natürlich emotional, ne, das ist klar, aber das ist halt auf der anderen Seite, also ich sage jetzt mal, ähm, so, so, so tief die schwere See heißt es, ne, hab ich das jetzt richtig ausgesprochen, genau, ich verwechsel das immer, ähm, das ist ja auch, hat ja auch wirklich so eine, so eine melancholische, ähm, ähm, Grundstimmung, dunklere Grundstimmung, ne, genau, klar, dass das dann in die Richtung geht, wenn ich mich darauf einlassen kann, wenn das, wenn das gut funktioniert am Tisch, ähm, dann ist die Chance höher, dass ich in so eine Stimmung komme, ähm, aber wie gesagt, ähm, ähm, ich kann mir das auch gut in der, in den Salzmarschen bei D&D vorstellen, wenn die Gruppe da Bock drauf hat, ne, und die Spielleitung das in die Richtung bringt, ja, glaube ich auch, ja. Oh, gut, allerletzte Möglichkeit für den Chat, Fragen zu stellen, ansonsten, wir haben es schon zehn nach zehn, Es sind bestimmt ganz viele Menschen da, die auch schon BBTA gespielt haben, das hat es ja schon eingangs schon gesagt. Ja, ja. Genau, jetzt sind noch ein paar dazu gekommen. Der Sven-Geselle hat bestimmt schon alles gesehen. Wie sollte er auch nicht? Genau. Ja, ich werde das auf jeden Fall, ähm, wird das auch auf YouTube kommen, dann werde ich die ganzen Links und sowas auch nochmal, ähm, unten rein in die Beschreibung stellen, auch zum Monster Hearts, und wir haben jetzt gar nicht gesammelt, ähm, was es so alles gibt für, für zumindest deutschsprachige, BBTA-Systeme, hätten wir mal den Chat sammeln lassen können, so nebenbei. Ja. Das machen wir dann beim nächsten Mal, genau. Ja, aber es sind tatsächlich nicht annähernd so viele wie auf Englisch, ne? Ja, das ist, also es ist, ähm, da ist leider noch ein bisschen Nachholbedarf, also, ich glaube, das ist einfach so nischig zum Teil, dass sich da irgendwie die viele Verlage nicht rantrauen, ne? Also es sind zumindest nicht die großen Linien, sagen wir es mal so. Und, und wie Friederike eben meinte, ist natürlich auch ein Punkt, die meisten BBTA-Spiele sind einfach mit einem Buch fertig. Und, ähm, da kann man halt nicht noch das Sourcebook oder noch den Abenteuerband oder was auch immer hinterher schmeißen. Das ist für einen Verlag vielleicht auch manchmal nicht ganz einfach, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das, also ich war nie im Verlag tätig, aber ich, ähm, kann mir das... Es hat seine Vor- und es hat seine Nachteile, Ich meine, klar, du kannst keine Linie fortsetzen, die erfolgreich ist, aber auf der anderen Seite, du musst halt meistens nur ein Buch produzieren. Mhm. Ja. Ja. Da müsste es halt mal irgendwie, statt einer kleinen Reihe, eine BBTA-Reihe oder so geben. Aber gut, ich sag mal, der System Matters tut ja eh schon viel für diesen Bereich des Rollenspiels insofern. Ja. Da will ich mal gar nicht meckern, im Gegenteil. Avatar wäre ein Gegenbeispiel. Oh, wo wir ungewöhnlichen BBTA-System waren. Ja, Avatar ist halt einfach von der, von der Franchise her getrieben, ne? Also ich glaube, ähm, 80% der Leute, die das System gebackt haben... Ah, es wird gesammelt, jetzt verstehe ich's. Sorry. Ach so. Gebrochen, ja. Ja. Ja, Avatar ist halt einfach tatsächlich, also das war, ich weiß, für die, die es nicht gehört haben, da ist ja der Kickstarter so durch die Decke gegangen, dass die irgendwie Hunderttausende von Büchern drucken mussten. Und, ähm, das ist einfach, glaube ich, von der Serie getrieben. Ganz viele Fans, die diese Franchise und diese Serie mochten. Ich glaube, die haben im Leben noch keine Rollenspiel, also ganz viele von denen haben im Leben noch kein Rollenspiel gespielt. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. und ich glaube, dass Avatar-Regel nämlich gar nicht so easy sind, so wie ich's jetzt mitbekommen hab. Nee. Das ist, äh, schon eine kleine Herausforderung zu verstehen, wie man spielt anscheinend. Da gibt's schon sehr viele Zusatzelemente, die in klassisch PBTA nicht dabei sind, ja. Das stimmt, ja. Allein diese Balance von, von den, mit den, mit den beiden Fischen da mit Yin und Yang mäßig und so, also das sind alles Elemente, die wir zum klassischen PBTA gar nicht. Ja. Okay, also wir haben hier schon, ähm, der Sprawl, Monsterhearts, charmante Schwertlesben, so tief die schwere See, Kult. Kult gegen die Finsternis, ist es aber kein PBTA-Kolleges-Bärenmeister-Geselle. Kult, World Wide Wrestling, stimmt, das gibt's ja jetzt auch neu, äh, World Wide Wrestling, ja. Äh, Dungeon World, City of Mist, Brindlewood Bay, ja. Mythos World. Auch richtig, ja, sehr gut. Vieles davon bei System Matters übrigens. Ja, Brindlewood Bay fand ich übrigens eine total schöne Geschichte, dass da so viel auf Deutsch passiert ist auch. Das fand ich mega schön, da hat sich ja ein bestimmter Discord-Server oder ein bestimmtes Forum sehr hervorgetan, da irgendwie aktiv zu werden. Ähm, ein bestimmter Podcast, würde ich mal sagen. Ähm, das fand ich echt krass, gut. ähm, Torben Brindlewood Bay ist PBTA-inspiriert, ja. Die haben eben Erweiterungen noch dazu, andere Spielzüge und so, aber es ist, ähm, Kutter zu, ja. Obwohl da zum Beispiel hast du ja einen Plot. Also, auch nicht ganz, auch nicht wirklich, aber du, aber... Nee, im Gegenteil, das treibt die Sache sogar auf die Spitze. Es gibt, du weißt am Anfang nicht mehr, wer der Mörder ist. du hast so einen Krimi-Fall. Ja. Quasi das, das ist so ein bisschen eine Linie. Aber die Linie gestaltet man sich halt komplett frei. Ja. So. Und Brindlewood Bay ist ganz klar, also ich, ich sehe hier mit einem Auge die Diskussion, also Brindlewood Bay ist, ist ziemlich klar PBTA. Es gibt zwar nur zwei Spielzüge oder ganz wenig Spielzüge, aber doch, doch, das ist, also... Ja, so wenig gibt... Ganz sicher. Achso. Müsste ich mir jetzt auch nochmal anschauen, aber... Ja, dann auf der anderen Seite gibt es ja als Abbieger noch die Fortun-Dark-Sachen. Da ist ja, was gibt es denn auf Deutsch, Ironshorn und... The Next Sunblades, ja. Wobei, wobei das mittlerweile fast eine eigene Kategorie ist, ne? Ja. Weil, weil diese Fortun-Dark-Sachen mittlerweile auch so ein eigenes Leben entwickelt haben, irgendwie. Finde ich, da kann man schon, kann man schon echt von einer eigenen Kategorie sprechen, finde ich. Ja, aber da ist doch noch jetzt, ist das schon erschienen, da ist auf Skorati, kommt auch noch eins, glaube ich, ich habe es jetzt im Namen vergessen. Das war nicht Wicked Once, glaube ich. Egal, vielleicht weiß der Chat es. Sven Geselle schreibt gerade, dass er 4 gegen die Finsternis mit Indie-Finsternis verwechselt hat. Und... Was ist das? Ich muss, ich muss, ich muss so herzlich grinsen, weil ich genau diesen Fehler vor zwei Tagen auch in einer sehr hitzigen Diskussion gemacht habe und ich habe immer diskutiert und gemacht und getan und irgendwie auf PBTA rumgeritten und irgendwann meinte dann einer, sag mal, meinst du nicht vielleicht irgendwie Indie-Finsternis und gesagt, oh nee, streicht bitte alles, was ich gesagt habe. Das ist so wie so tief die schwere See und siebte See. Ja, genau. Das ist so witzig. Bei mir ist das Spiel auch eine ganze Zeit lang die schwere See so tief und ich dachte, nee, das ist... Ich habe das auch dauernd umgedreht, genau, deswegen habe ich eben auch so gestockt, als ich den Titel gesagt habe, weil ich es auch nicht auf die Reihe gekriegt habe. Blades in the Dark wird auch übersetzt. Das ist auch PBTA? Nee, das ist Fortune in the Dark. Fortune in the Dark. Äh, doch, Fortune in the Dark. Ja, das ist das erste Fortune in the Dark. Eigentlich ist das, genau, eigentlich ist das das Ursystem, ja, genau. Das ist wie Apocalypse World für Fortune in the Dark. Finde ich ganz spannend, weil zum Beispiel Andrea von Plot Bunny Games war ja auch schon hier und hat Firebrand-Systeme vorgestellt. Ist ja auch so eine ganz eigene Spielmechanism. Auch Bakers, ne? Ja. Ganz ursprünglich, ja. Ja, das ist auch sehr speziell, ja. Ja. Das hat zum Beispiel, das ist zum Beispiel etwas, was mich überhaupt nicht abgeholt hat. Dieses Konzept von Firebrands, null gar nicht. Diese Mini-Games, quasi Games Spiele im Spiel. Das war für mich dann zu Meta. Ja, man muss sich da rein denken, aber vielleicht lag es auch, mir hat das, mir ist das tatsächlich bei Fräulein Bernburgs, Bernburgs Pensionat ist das mir leichter gefallen als bei, ich glaube Ocean Tides hieß das, was wir dann auch noch gespielt haben, weil das irgendwie, also da fand ich es viel schwieriger, die Mini-Spieler mit dem, was wir so spielen wollten, in Einklang zu bringen und ja, weiß nicht, vielleicht ist das dieses Internatsättigen da auch dankbar war. Ja, kann sein. Also ich habe das, ja, ich habe das verfolgt bei Harald und Markus, die haben ja auch echt viel in dem Bereich gemacht, hier von 3W6, ne, in dem, in dem Firebrands-Bereich und ich habe da immer davor gestanden und habe gesagt, ich raff's nicht, ich bin raus, ich raff's nicht. Das ist so, da ist mir so gegangen, ne, raff ich nicht, bin ich raus. Das ist ja das Schöne an dem Hobby, es gibt so viele Möglichkeiten, du musst ja nicht irgendwie eine bestimmte Sache spielen, es gibt ja genug für alle. Ja. Ja. Das ist echt nett. Ja. Ja. Jetzt hatten wir euch beide schon mal da. Hätte mich interessiert, was Alex noch ergänzt hätte, als Monsterhartsleitung hier auch. Gut. Aber für heute machen wir dann tatsächlich Schluss und wir hoffen, ja, vielleicht habt ihr sogar noch was Neues gelernt, ansonsten hoffen wir, wir haben euch gut unterhalten. Bleibt alle gesund, genießt hoffentlich noch die Vorweihnachtszeit und wir wünschen eine ganz tolle Woche und jetzt kommt noch eine Frage. Nur nix. Wie heißt diese Superhelden-PWTA-Spiel? Masks. Korrekt, ja. Das gibt es nicht auf Deutsch, oder? Doch. Also es gibt es nicht auf Deutsch, aber Masks, ja. Ja. Hast du dir selber beantwortet? Also das, wo man Teenager-Superhelden spielt, es gibt noch andere, aber das bekannteste und wo man die Teenager-Superhelden spielt, das ist Masks. Genau. Das ist zum Beispiel eines der wenigen für WTA-Spiele, das unglaublich viele Erweiterungen hat geführt. Es hat, glaube ich, vier oder fünf Erweiterungen mit Szenarien und neuen Playbooks und so weiter. Das stimmt, ja. Okay, aber bei Superhelden kann ich mir vorstellen, dass es da natürlich auch eine große Variante an Playbooks geben kann, ne? Ja, ja. Und vor allen Dingen versucht Masks halt auch verschiedene Epochen abzubilden. Es gibt ja bei Superhelden dieses, ich glaube, die goldene Ära und die silberne Ära, also halt 50er Jahre und dann 90er Jahre und das aktuelle MCU und solche Sachen und das kann man halt alles dann spielen, wenn man das möchte. Und es gibt noch einen Sourcebook für Aegis, also das ist so das Äquivalent zu der Marvel-Welt von S.H.I.E.L.D., also diese nicht-Superhelden-Menschen-Organisation und so. Also da gibt es schon eine ganze Menge, ja, und Karten gibt es noch und spezielle Würfel und die haben die Franchise schon ganz schön. Also, aber das kennt man ja von Superhelden, ne? Da wird die Franchise ordentlich ausgeschlachtet. Das ist völlig normal. Aber es reicht das Grundbuch zum Spielen, also das ist Hohle Pro. Ich glaube, ich habe in den Rest auch noch gar nicht eingeguckt. Ne, ich auch nicht. Ich habe auch nur das Grundbuch. Genau. Ich habe den Rest hier stehen, aber habe auch nicht reingeschaut. Sehr gut. So. Damit wünschen wir euch jetzt wirklich eine gute Nacht und unbedingt am Dienstag bei Monsterharz einschalten. Juhu. Juhu. Gute Nacht. Tschüss. 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 Das war's. Das war's. Das war's.